Mai und wir treffen uns an dieser Stelle wie immer an den Freitagswebinaren mit etwas mehr Zeit, mit Ideen, dem Ausblick für die nächste Woche etwas edukativen Inhalt heute im Bereich von Trends. Da schauen wir später auch direkt in viele wichtige Punkte zum Thema Trends, Trendshandel, Funktionalitäten im Trend, wo sind Handelssignale verortet, all diese Dinge. Spielen ja in Trends eine Rolle. Aus diesem Grund gibt es heute hier den edukativen Part in diese Richtung. Also erst einmal einen guten Morgen an alle Zuschauer hier live und natürlich auch an all diejenigen, die die Webinaraufzeichnung dann später auch anschauen. Vorab der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Ich habe es im Blog auch schon geschrieben. Es geht ja an den Märkten momentan, an wichtigen Unterstützungen gerade so ein bisschen hin und her. Und da dienen natürlich auch Nachrichten zu den entsprechenden Themen ihre notwendige Rolle. Und aus diesem Grund schauen wir einfach mal darauf, was an Nachrichten heute auch kommen wird. Sie sehen in den Themen nach den entsprechenden Nachrichten und den heutigen Handelsideen machen wir den Wochenaufblick. Das heißt, wir schauen, welche Nachrichten in der nächsten Woche auf der wichtigsten Stelle stehen, was dort die Märkte bewegen kann. Wir werfen den einen oder anderen Blick in die großen Indizes und dann natürlich im edukativen Teil das Thema Know-how, Trends und deren Interaktion. Wenn Sie mögen, dann können Sie auch gern direkt hier live im Webinar einsteigen und die ein oder andere Frage stellen. Oder aber auch den Wunschmarkt, den Sie sehen möchten, direkt auch in die Analyse bei den Indizes hineinstellen. Vielleicht können wir auch auf die ein oder andere Währung schauen oder einen Rohstoff, den Sie einfach mal betrachtet haben möchten. Also scheuen Sie sich nicht direkt hier auch aktiv zu werden. Heute in den Tagesnachrichten. Ich glaube, das wichtigste Thema ist das Thema Arbeitslosigkeit, Non-Farm-Payrolls heute in den USA. Diese Nachricht kommt um 14.30 Uhr. Wir haben in der Eurozone heute um kurz vor 10 den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen in Deutschland. Sie sehen selbst, es gibt um diese Zeitpunkt 10 Uhr auch noch ein paar Rundum-Informationen zu diesem Thema Einkaufsmanager-Index. Dann gibt es um 11 Uhr die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone für den Monat März. In den USA geht es dann am Nachmittag noch mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen weiter. Die Erwerbsbeteiligungsquote und das die Privaten beschäftigen außerhalb der Landwirtschaft folgen auch um 14.30 Uhr. Um 15 Uhr deutscher Zeit spricht der Bundesbankpräsident Weidmann. Und am Nachmittag gibt es dann noch ein paar Informationen seitens der FOMC. Und dann ist heute wieder Freitag, das heißt heute gibt es auch wieder den COT-Report. Wichtig für diejenigen von Ihnen, die gern diese, na sag ich mal, Informationen nutzen, um auch in den Charts entsprechend zu traden. Bevor wir auf die Termine der nächsten Woche schauen, schauen wir natürlich in die Handelsideen für den heutigen Tag. Da habe ich Ihnen vorbereitet zwei Währungspaare und zwar Euro-Schwedische Krone und der Euro-Kanadische Dollar. Und dann machen wir hier den Abschluss für die heutigen Handelsideen rund mit einem Blick in den Chart vom DAX. Und damit direkt in die Charts hinein. Sie sehen hier momentan den Tagestrend des Euro-SEK. Hier haben wir gestern nach dieser schön weit gelaufenen Bewegung eine doch starke Umkehrkerze gehabt. Hier Sie sehen diesen starken Rücklauf, den wir im Markt hatten. Wir haben nochmal kurz ein neues Hoch gemacht und dieses Hoch wurde dann direkt wieder abverkauft. Und hat uns direkt in dieses Unterstützungslevel hier um die 10,55612 gebracht. Dieser Bereich ist nun wichtig für den weiteren Chartverlauf. Weil hier können zwei Dinge passieren. Entweder der Markt sagt, gut, das war es mit Korrektur. Wir haben genug korrigiert. Wir laufen wieder nach oben. Na klar, dann steht der Weg nach oben hin wieder offen. Die Bewegung kann nach dieser kurzen, schnellen Korrektur dann nach oben hin laufen. Und nächster Anlaufpunkt hier auf der Oberseite wäre dann natürlich erstmal der Hochbereich um irgendwo hier oben die 10,68er Marke. Das wäre der Anlaufpunkt nach oben. Kommt es hier allerdings zur einsetzenden Schwäche. Das heißt, wir sehen ja gerade, die kleine Tageskerze ist etwas grün eingefärbt. Das ist eine klein wenig Korrektur des letzten Tages. Kommt es hier zur Schwäche. Dann haben wir hier unten Anlaufpunkte in den Unterstützungen. Diese Unterstützungspunkte haben wir hier bei 10,49771 gefolgt von 10,46705. Und dann haben wir hier unten noch ein Stück weit was stehen bei 10,43346. Also wir haben weit nach unten noch Platz. Einige Unterstützung liegen für diesen Tagestrend, den wir hier haben. Wäre es dann auch ganz gut, wenn die Korrektur spätestens hier unten um das aktuelle Korrektur, die von 10,35607 auch Halt macht und dann wieder rumdreht. Was gespielt wird, da schauen wir uns gleich mal noch den Stundenchart an dieser Stelle an. Sie sehen es auch selbst. Wir haben hier den Markt nach oben laufen sehen. Das heißt, Sie sehen hier sehr schön diesen Aufwärtstrend, den wir hier auch toll gehabt haben. Und dieser Bereich bringt uns jetzt natürlich hier in die Situation, wie geht es weiter. Kommt es hier zur Stärke, dann sehen wir hier an diesem Punkt dann die Bildung eines Aufwärtstrends, der dann wieder ein Stück weit nach oben läuft. Und da haben wir hier schon die nächsten Anlaufpunkte. Widerstände im Bereich von 10,593x5 bzw. dann hier oben dieser Bereich etwas höher, die 10,61500. Und dann geht es Stück für Stück schon hier in den oberen Bereich. Da macht es vielleicht auch Sinn, in dieser Range, wenn der hier nach oben läuft, auch mal in den kleinen 5-Minuten-Chart zu schauen, um diese Zielmarken auch besser klassifizieren zu können. Und kommt es dann doch zum weiteren Kursverlauf nach unten, dann sehen Sie, haben wir die Korrekturtiefs des vorhergehenden Aufwärtstrends auch im Markt liegen, die als Umkehrpunkte dienen könnten. Das heißt hier die entsprechenden Widerstandslinien im Chart. Für diejenigen, die es interessiert, werfen wir hier auch gleich noch mal einen Blick, beispielsweise in die 15 Minuten. Man kann dann auch noch kleiner gehen, aber das sind die wichtigen Dinge, die wir hier sehen. Wenn wir mal den Trendverlauf der 15 Minuten sehen, wir hatten ja den ziemlich starken Abwärtsrutsch über die Stundenkärten, das haben wir ja gerade gesehen. Da sehen Sie hier so ein bisschen die Trendverläufe im Markt, die Bereiche, wo es hier schon Widerstände gab. Das sind natürlich auch Anlaufpunkte für jetzt, wo es in den Marktmärkten erneut die Widerstandslinien geben könnte. Hier der erste Widerstand hier oben wäre dann bei 10,571 und dann hier oben entsprechend die 10,607 in etwa. Das sind die Dinge, die Sie dann aus den kleineren Zeiteinheiten für Ihr Trading und die Umsetzung Ihrer Handelsideen entsprechend auch nutzen können. Also hier sieht es momentan nach ein klein wenig Korrektur aus. Wir werden sehen, wie die Märkte weiterlaufen. Wir haben jetzt hier zwei Ideen, zwei Szenarien und wenn der Markt eines von beiden spielt, dann kann man hier durchaus den Korrekturhandel in Betracht ziehen. Diejenigen von Ihnen, die die Aufwärtstrends auch traden, die bleiben jetzt ganz entspannt am Rechner sitzen und warten einfach, bis die Korrektur tief genug gelaufen ist und sein erstes Umkehrsignal geben und dann entsprechend wieder in die Trendrichtung zu traden. Als nächstes schauen wir auf das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Den ziehe ich Ihnen auch gleich mal in den Tageschart hinein und da sehen wir die Situation wie folgt. Wir hatten vor einigen Tagen schon mal über dieses Währungspaar gesprochen. Da stand der Markt hier in einer schönen, tiefen Korrektur und hat uns dieses tolle Umkehrmuster hier am 25. April gegeben und es ist einfach hervorragend, wie schön das Ganze hier auch funktioniert hat. Schauen Sie, das Ganze wurde bestätigt nach einem kurzen Kursrücklauf. Hat sich der Markt hier schön nach unten entwickelt, ist über diese gesamten Kursverläufe, die wir hier als Unterstützungen gesehen haben, durchgelaufen, sogar über den Bereich des letzten Tiefpunktes drüber hinaus und jetzt verweilt der Markt in dieser weiten Bewegung hier in einem Unterstützungslevel, was ich hier in blau markiert habe und ja, kommt momentan nicht so richtig vom Fleck. Das sehen Sie hier anhand dieser Kerzen. Also hier so ein bisschen Unentschlossenheit. Wie geht es denn jetzt weiter? Wo kann der Markt hingehen? So, das wird sich allerdings irgendwann halt entscheiden. Der Markt trifft halt irgendwann eine Entscheidung und dann stehen an dieser Marke halt zwei Dinge an. Aus trendtechnischer Sicht wäre es normal, wenn der Markt zu ein wenig Korrektur ansetzt. Wenn das passiert, dann bewegt sich der Markt da auch in der Stunde. Da schauen wir gleich mal rein. Natürlich hier nach oben. Erster Anlauflevel wären dann hier im kurzfristigen Bereich natürlich hier irgendwo das Tageshoch von dieser Kerze hier vom 2.5. bei 1.54, knapp 4 hier in diesem Bereich hinein. Weitere Punkte wären dann hier dieser rot eingezeichnete Bereich bei 1.54. 6, 5, 3, gefolgt natürlich von den Anlaufpunkten dort oben. Man muss immer sehen, wie weit so eine Korrektur dann geht. Wenn richtig gut Volumen in diese Korrektur reinkommt, richtig Schmack ist, das Momentum in die Gegenrichtung reinkommt, dann kann der Markt auch schon schön tief korrigieren, wie wir das hier im Vorfeld gesehen haben. Aber dazu muss man wirklich abwarten, was der Markt hier macht. Nur eine Dynamik muss dann entstehen, weil wir handeln entsprechend gegen den Trend. Und da ist es wichtig, dass wir hier eine dynamische Gegenbewegung auch sehen, um die Risiken so klein wie möglich zu halten. Kommt es allerdings zu einer Korrektur jetzt so ein bisschen über die Zeit, dass der Markt hier so ein bisschen hin und her läuft, dann wird natürlich irgendwann auch die Opportunität gegeben sein, dass der Markt hier nach unten bricht. Das heißt, wenn der Markt hier heute zum Beispiel sagt, nö, nichts mit steigenden Kursen, wir korrigieren nicht, es gibt Nachrichten, die uns weiter auf den Verkaufskopf drücken, dann geht es weiter nach unten. Und das nächste Unterstützungslevel hier im Chart habe ich ihn auch in grün markiert. Das wäre dann hier der Bereich um 1,52,656, was aus dem Chart hier auch ersichtlich ist. Ich zoome in den Chart mal noch etwas kleiner. Sie sehen es nach unten, Folgebereiche wären dann natürlich hier unten zu sehen, bei 1,51,384, beziehungsweise dann hier Stück für Stück auch nach unten. Da muss man erst mal sehen, wo der Markt hinläuft. Das ist dann schon ein ganzes Stückchen weit weg, um das mit einer kurzfristigen Idee zu machen. Also im Normalfall würde der Markt dann doch erst mal ein wenig verschnaufen, bevor er nach unten dreht. Aber wie schon gesagt, das ist die aktuelle Lage hier im Chart. Und so können wir entsprechend damit auch umgehen. Und dann schauen wir auf den DAX. Das deutschen Lieblingsindex kann ich verstehen. Wir wohnen hier, das haben wir direkt vor der Haustür. Das kennen wir am aller allerbesten. Was ist mit dem DAX momentan los? Da greife ich auch schon ein bisschen der Analyse der großen Indizes hier mit vor. Es ist eine Situation, die sehr interessant ist. Warum? Wir hatten in der letzten Woche auch darüber gesprochen. Wir haben das Level hier von ungefähr die 12.600 Punkte. Wir haben hier auch noch die Interaktion mit dem gleitenden Durchschnitt, der 200er gleitende Durchschnittszene. Und da hatte ich ja in der letzten Woche auch gesagt, entweder der Markt fasst sich sozusagen ein Herz und überschreitet diesen wichtigen Widerstand oder aber er prallt dran ab und läuft nach unten. Wir sehen jetzt, was der Markt hier gemacht hat. Der Markt ist entsprechend nach oben hin drüber gelaufen. Und notiert momentan auch noch über diesem Index. Und das ist die Situation, wie wir sie jetzt haben. Er hat den Markt übersprungen und weiß momentan nicht so recht, wohin mit sich. Also eine klassische starke Aufwärtsdynamik sieht anders aus. Die würde dann schön den Markt nach oben schieben. Panik sozusagen, ach, jetzt hat sich der Markt zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wir verkaufen mal wieder ab. Würde dann auch ziemlich schnell dazu führen oder hätte wahrscheinlich schon ziemlich schnell dazu geführt, dass der Markt nach unten geht. Aber nein, die Situation, die wir hier jetzt in diesem Bild sehen, sieht halt etwas Unentschlossenheit aus. Oder nach etwas Unentschlossenheit aus. Wir hatten das gestern bei den US-Indizes auch gesehen. Diese 200er-Tage-Linie hat schon eine gewisse Aussagekraft. Und wir sehen es auch hier, wo der Markt gestern rumgetreten hat. Er hat genau auf die 200er-Tage-Linie aufgesetzt und ist dann direkt wieder nach oben gelaufen. Und momentan kommt auch nicht so richtig Dynamik aus. Das heißt hier in diesem Falle, ich habe es Ihnen auch eingezeichnet. Sie sehen es an dieser grünen und an dieser roten Grafik. Jetzt stehen halt zwei Punkte offen. Der Markt wird sich wahrscheinlich irgendwann entscheiden, ob er es diese Woche noch macht. Das wissen wir alle nicht. Eine Glaskugel haben wir nicht in der Hand, wo wir das in die Zukunft hineinschauen können. Das heißt, wir haben hier die zwei Szenarien offen. Entweder der Markt löst diese, sage ich mal, etwas seitwärts tendierende Lage nach oben hin auf. Dann laufen wir auf alle Fälle erstmal über das Tageshoch vom, was ist das hier, der 2. Mai gewesen. Darüber hinaus, der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier auch aus charttechnischer Sicht die Marke von knapp 13.000 Punkten. Das ist auch eine psychologisch wichtige Markte. Also das wäre dann hier nach oben hin der nächste Anlaufpunkt, den wir hier im Blick haben sollte. Kommt es dann doch noch zu einem etwas tieferen Rückgang der Kurse, das heißt zu einer etwas weiteren Verschnaufpause, dann steht nach unten hin selbstverständlich erstmal hier wieder diese 200er Tagelinie offen. Da hatten wir ja gestern auch das Tagestief. Hält das Ganze nicht, kann der Markt natürlich auch noch etwas weiter nach unten verschnaufen. Da liegen wir hier bei den Marken von 12.600, 12.550 und hier um die 12.480er Punkte, die in der nächsten Nähe sind. Aus trendtechnischer Sicht hätte der Markt auch noch die Möglichkeit bis hier runter zu markieren, wo ich dieses dicke Feld gemacht habe. Da sprechen wir dann natürlich auch über einen anderen Zeitraum. Das ist dann in der Regel nichts kurzfristiges, sondern das dauert dann auch einen Moment, ein paar Handelstage, bis der Markt hier unten reinläft. Das sind diese beiden Dinge, die hier entsprechend auch opportun werden. Die Märkte in Asien haben ja letzte Nacht etwas nachgegeben von den Kursen. Also Sie sehen einmal mehr, der Markt braucht hier etwas Zeit, um sich wirklich zu entscheiden, ob er stark nach oben oder stark nach unten gehen möchte. Von dieser Warte her haben wir hier natürlich auch wieder diese beiden Ideen im Markt liegen und wir werden sehen, was wir hier spielen werden in der Zukunft. Ich schaue gerade mal in das Chatfenster auf Facebook. Fragen gibt es hier aktuell nicht. Das heißt, wir machen an dieser Stelle einfach weiter mit der Agenda des Webinares. Und zwar schauen wir einmal auf die Wochenplanung für die kommende Woche. Das heißt hier der erste Blick auf die wichtigsten Termine der Woche. Wie Sie wissen, beschränke ich mich hier immer auf die allerwichtigsten Nachrichten, die die größten Auswirkungen auf die Kurse auch haben kann. Für all diejenigen, die mit dem britischen Fund handeln oder über Währungen des britischen Fund, da ist am Montag Feiertag. Da wird also nicht gehandelt an dieser Stelle. Am Dienstag gibt es ein paar Nachrichten aus den USA oder beziehungsweise eine Nachricht. Da geht es um das Thema Stellenangebote im März. Am Mittwoch folgt dann auch wieder ein Tag, wo es um das Thema Erzeugerpreisindex geht. Wie immer Mittwoch geht es dann auch bei den US-Werten um die Rohöl-Lagerbestände. Und am Donnerstag bekommen wir einige Nachrichten aus Großbritannien. Das heißt wir haben hier die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Wir kriegen von der Bank of England den Inflationsbericht und die Zinsentscheidung. Also das ist auch ganz ganz wichtig für die entsprechenden Währungen. Die korrelieren auch an dieser Stelle. Das heißt hier schauen wir ganz genau hin, was die Bank of England hier macht. Und am Nachmittag um 14.30 Uhr am Donnerstag gibt es dann den Verbraucherpreisindex für den Monat April in den USA. Also von der Seite her ist das mal der Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Die täglichen Nachrichten auch mit etwas weniger Relevanz als die stärkste Relevanz. Die machen wir dann immer in den morgendlichen Webinaren hier um 9 Uhr. Um nochmal vorbereitet zu sein, was kommt denn jetzt um welche Uhrzeit am entsprechenden Handelstag. Und damit schauen wir auf die kommende Woche in den Nachrichten. Und dann schauen wir auch auf die kommende Woche jetzt einmal den ein oder anderen Index an. Da gehen wir direkt auch wieder in die Märkte hinein. Den DAX hatte ich ja schon etwas interpretiert. Also hier im DAX haben wir momentan im großen Bild wirklich schön einen aufwärtsgerichteten Markt, der jetzt hier ein klein wenig korrigiert und noch nicht so richtig weiß, wo er hin will. Und in diesem Grund lasse ich den DAX jetzt einmal den DAX sein. Und wir schauen einmal rüber über den großen Teich in die Indizes oder auf die Indizes der USA. Und hier haben wir momentan ein für mich sehr interessantes und bemerkenswertes Bild. Und zwar hatten wir ja in den Webinaren der Vorwoche immer schon mal wieder auf die Interaktion mit der 200er Tagelinie gesprochen. Wir sehen hier den DAX im Tageschart, also den US 30, wie der Markt hier nach unten gelaufen ist. Und es gibt hier immer wieder diese Linie. Wir haben ja hier dieses Widerstandslevel gehabt, was der Markt dieses Jahr schon häufig genutzt hat, um wieder nach oben zu drehen. Hier irgendwo um den Bereich zwischen 23.370 Punkten. Und dann hatten wir hier oben den Hochbereich 23.570 Punkten. Also hier schwankt der Markt immer mal so ein bisschen rein und dreht dann wieder rum. Das ist der eine, das ist der Widerstandsbereich. Dann ist es ja so, dass in der Charttechnik auch sehr viel mit gleitenden Durchschnitten gearbeitet wird. Heißt vom Prinzip her, der 200er gleitende Durchschnitt hat eine recht hohe Relevanz. Auch für viele Fonds, wenn der Markt unter diesen Linien notiert, bekommen die gewisse Handlungsaufträge, die dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die entsprechenden Indizes haben können. Und wir sehen hier im Dow Jones, dass wir hier mittlerweile einige Tage hatten, wo der Markt auch unter dieser Linie, und zwar deutlich unter dieser Linie auch drunter gerutscht ist, sich hier in diesem Bereich allerdings immer wieder gefangen hat. Das heißt, wenn man mal die kurzfristigen Trader hier in diesem Bereich nimmt, ist es momentan recht interessant, immer dann, wenn der Markt unter dieser Linie drunter rutscht, halt einfach drauf zu warten, was macht er, wann fängt er sich und dann das Ganze nach oben zu traden. Das ist für den ganz kurzfristigen Bereich. Das heißt, schaut mal hier mal in den 5-Minuten-Chart hinein. Dann sehen wir ja auch, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz gucken, dass wir den gestrigen Tagesverlauf hier ein bisschen reinbekommen. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner. Wir sehen, was gestern hier passiert ist. Der Markt ist halt stark nach unten gerutscht und hat sich dann direkt wieder gefangen und hat hier angefangen, aufwärts zu senden. Und dann hat es richtig den Ruck auch nach oben gegeben. Also hier, für diejenigen, die diese Linien auch im Auge haben, das sind die spannenden Momente, wo es im kurzfristigen Bereich auch wichtig ist, dass sie am PC sitzen, damit sie hier die Kursumkehr auch früh mitkommen, sich mit einem kleinen Risiko hier in die Position einstellen können und dann den Markt nach oben zu traden. Das ist der eine Punkt. Im großen Gesamtbild gesehen sieht es allerdings momentan etwas anders aus. Das heißt, wenn die Märkte hier tatsächlich deutlich unter dieser 200-Tage-Linie laufen und auch mal drunter notieren, das heißt, wir haben ja bisher noch keinen Handelstag gehabt, der unten drunter gelaufen ist, aber gleichzeitig unten drunter geschlossen hat. Wenn das natürlich hier der Fall ist, dann kann das eine ganz, ganz andere Aussagekraft haben. Dann ist aus Erfahrung heraus es häufig so, dass wir noch mit weiterfallenden Kursen rechnen können. Das sieht man dann auch bei den Einzelaktien. Also hier ist die Situation tatsächlich momentan etwas, sage ich mal, angespannt, was dieses Thema hier angeht. Momentan hat das immer noch gehalten, aber Sie sehen auch, die Schwankungsbreite weg davon, die wird halt kleiner. Und das ist so der Punkt, wo sich die Lage immer mehr verdichtet und dann entsprechend irgendwann eine Entscheidung kommt. Entweder der Markt dreht wirklich direkt wieder nach oben und wir bleiben über diesem Durchschnitt. Das ist die eine Variante. Oder die zweite halt, wir brechen komplett unten drunter durch. Das muss man dann sehen. Aus diesem Grund haben diese Linien immer so wichtige Spannungsmomente, die für uns Händler doch wichtig zu beachten sind. Und wenn man es mal sieht, der Markt tendiert ja momentan auch oder trendiert momentan auch wieder etwas nach unten. Wir sehen es hier. Wir haben hier entsprechend mittlerweile einen Abwärtstrend im Kleinen wieder drin. Also der aktuelle Trend, dieses, was ich hier in Grün gerade eingezeichnet habe, geht nach unten, ist momentan in seiner Korrektur. Und wenn wir uns das Gesamtbild, das etwas größere Gesamtbild mal anschauen, dann haben wir hier natürlich die Situation. Schauen Sie, wir haben auch hier in dem übergeordneten Bereich momentan die Situation, dass der Markt hier nach unten gelaufen ist. Momentan in seiner entsprechenden Korrektur und wieder nach abwärts tendiert. Das heißt, hier sind zwei Trends, die in die gleiche Richtung laufen innerhalb einer Zeiteinheit. Also hier ist momentan etwas Anspannung auch drinnen. Es wäre halt schön gewesen, wenn der Markt hier einfach wieder nach oben gedreht wäre. Ist er aber nicht von der Seite her das große Bild. Wir haben wieder die Wolken für die Long Trades am Himmel. Das heißt, die Sonne scheint momentan nicht so, wie wir sie hier in dieser Phase auch gehabt haben. Das heißt, der Markt hat sich hier noch nicht wirklich richtig entschieden, wo es hingehen soll. Und das gleiche Bild, das sehen wir auch im S&P 500. Hier haben wir die Situation auch so, dass der Markt schon einige Male unter die 200er Tagelinie durchgelaufen ist. Schon häufiger als der Dow, wie wir das hier sehen. Und er hat diesen Bereich auch immer momentan genommen, um wieder nach oben zu laufen. Diese Situation hatten wir gestern jetzt hier auch. Also das Bild ist hier ähnlich. Auch der untergeordnete Trend, Sie sehen es hier, oder dieser Trend, den wir hier jetzt haben, der ist, ich nehme mal ganz kurz diese Dinge raus, die ich hier habe. Ich lösche diese zwei Linien hier einfach mal weg. Wir haben hier, Sie sehen es, einen Trend, der momentan auch wieder nach unten läuft und den Druck von oben nach unten aufrecht erhält. Das heißt, hier in diesem Bereich, ups, das war die falsche Linie, in diesem Bereich haben wir momentan auch einen bestehenden Abwärtstrend, der jetzt auch innerhalb seiner Korrektur ist. Das heißt, wir werden auch sehen, was hier passiert. Hier das ähnliche Bild wie im Dow. Wenn der Markt tatsächlich unter dieser 200er-Tage-Linie schließt, dann ist das mal eine Marke. Und dann kann man im Endeffekt hoffen, dass der Markt wieder nach oben läuft, wenn es long gehen soll. Ansonsten stehen uns dann halt im Abwärtstrend vermehrt die Setups, die Handelssetups, für den Trendhandel nach unten, gen Süden auch zur Verfügung. Das ist ja der Grund, weshalb wir hier entsprechend auch auf die Märkte schauen. Und dann schauen wir auch nochmal auf das Thema der Technologiewerte. Das heißt, hier den Nasdaq, den wir uns hier anschauen. Im Nasdaq sieht die Situation noch ein bisschen anders aus. Sie sehen hier, auch hier ist die 200er-Tage-Linie schon mal mitberührt worden in diesem Bereich. Aber der Markt ist hier entsprechend bis jetzt noch ein Stückchen weiter von der 200er-Tage-Linie weg. Der Chartverlauf sieht auch noch etwas anders aus. Ich mache es nochmal etwas kleiner, ganz kurz. Wir haben jetzt hier die Situation, dass der Markt auch immer wieder abverkauft. Das hat man relativ häufig. Man sieht es auch in der aktuellen Berichtssaison, wie auch auf die Marktnachrichten notiert wird. Die Dinge, die nicht ganz so schön sind, dienen halt häufig dazu, auch zum Abverkauf genutzt zu werden. Und das bewegt natürlich diesen Index auch immer sehr, sehr stark. Im Moment haben wir hier vom Prinzip her gestern auch diese starken Aufkauf wieder nach oben gesehen. Das gibt es so ein bisschen hoffen, dass die Märkte halt immer diesen Trampolin-Effekt entsprechend auch haben, wo wir hier nach oben laufen. Allerdings der Gesamtmarkt, Sie sehen es auch hier, ist momentan etwas davon gekennzeichnet, dass wir im kurzen Bereich hier fallende Hochpunkte haben. Und wir haben hier unten entsprechend auch fallende Tiefpunkte. Sie sehen es in diesem Bereich. Das heißt, der Druck kommt momentan von oben nach unten in diesem Bereich. Was wir hier als Spezialität haben, wir haben jetzt hier einen sehr, sehr starken Aufkauf gehabt. Das ist Schub nach oben. Und Sie sehen jetzt, was hier für ein Korrekturmuster auch entstanden ist. Das heißt, wir haben jetzt so eine Art leicht abwärtsgerichteten Trendkanal. Hier kann es jetzt durchaus sein, wenn der Markt wieder positiv tendiert, dass wir hier ziemlich schnell nach oben ausbrechen könnten und der Markt hier wieder etwas nach oben ansteigt. Das heißt, die Korrektur, die wir bei den anderen beiden Indizes sehen, könnte hier entsprechend nach oben hin auch laufen. Und der Markt könnte hier weiter ein Stück weit nach oben Schub bekommen. Auf der Oberseite wäre dann hier entsprechend das nächste Widerstandslevel im kurzfristigen Bereich hier, um das hoch zu sehen, was wir bei dieser Tageskerze hier hatten. Beziehungsweise wäre dann der nächste Widerstand um diesen Bereich hier oben, wenn der Markt tatsächlich hier nach oben hin ausbrecht und hier ein Stück weit nach oben hin tendieren wird. Also Sie sehen, die Lage in den Technologiewerten ist ein klein wenig anders als bei den klassischen Indizes Dow und S&P 500. Hier sieht das Bild noch etwas anders aus. Die Entfernung zur S&P 200 ist auch noch deutlich weiter weg. Also hier hat der Markt bis nach unten hin auch Platz. Aber wir sehen auch hier, wenn wir uns das Bild mal anschauen, im kleinen Bereich der Markt kommt schon immer näher an diese Linie auch heran. Sie sehen, wie weit der Markt hier schon von dieser Linie weg gewesen ist. Auch hier, wenn Sie das mal sehen, wie groß dieser Abstand gewesen ist. Und der Markt kommt immer wieder an diese Linie nach unten hin ran. Also das sind Dinge, die können wir aus den Charts lesen und da werden irgendwann jetzt auch Entscheidungen anstehen, wo der Markt sich hinwenden wird. Entweder wir korrigieren noch etwas weiter oder das Fahrwasser wird wieder ruhiger. Also wir sehen hier momentan auch das, was der ein oder andere Analyst am Anfang des Jahres auch gesehen oder gesagt hat. Wir rechnen mit einem etwas holprigen Jahresverlauf. Und das ist das, was sich jetzt auch irgendwo ersichtlich macht. Das sind alles nur Annahmen, da kann man nichts drauf geben. Also auch, wenn Ihnen jemand sagt, der DAX oder der S&P 500 wird am Jahresende an der oder der Stelle stehen. Das sind Mutmaßungen, ganz klar. Bitte nehmen Sie sowas nie für bare Münze, weil es kann keiner sehen, wohin es auch wirklich gehen wird. Von der Seite her, es ist momentan etwas holprig. Und das ist die Situation, wie wir sie momentan haben. Aber das ist im Börsenhandel ja häufiger die Normalität als die Ausnahme. Und mit diesen Worten möchte ich ganz gerne auch das Thema der großen Analyse beenden. Es sei denn, einer der Zuschauer hat noch eine Frage. Dann werde ich hier natürlich direkt noch auf den einen oder anderen Titel eingehen. Ich schaue mal kurz in den Chat auf Facebook. Da ist momentan nichts zu sehen an Fragen. Das heißt, wir machen hier dann entsprechend weiter mit dem nächsten Thema zur Betrachtung entsprechend von Trends. Wir sprechen hier nun über Trends und deren Interaktion. Weshalb habe ich dieses Thema heute hineingenommen? Trends sind in Charts wichtig, weil sehr, sehr viele Handelssetups oder Handelssignale oder auch die technische Analyse sehr, sehr viele Signale in diesem Bereich arbeitet auf Grundlage von Trends. Und aus diesem Grund ist es von enormer Wichtigkeit, dass Sie als Händler natürlich auch ganz, ganz sattelfest darin sind, wie der Trendverlauf ist. Dass Sie immer genau bestimmen können, haben wir jetzt einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend, haben wir eine tiefe Korrektur, eine flache Korrektur, stehen wir weit in der Bewegung, wird eine Korrektur hier wahrscheinlich, also dass Sie auch die entsprechenden Chartmuster, die hier auftauchen, dazu nutzen können, um entsprechend die Verortung dieses Signals einschätzen zu können und dann Ihr Handelssetup entsprechend auch zu planen. Also ähnlich, wie wir das heute auch, ich glaube, das war bei der Euro-Schwedische Krone auch gehabt haben, wo wir im weiten Trendverlauf, in der weiten Bewegung dieses Umkehrsignal entsprechend hatten. Das heißt, wir sprechen hier jetzt einmal über die Interaktion von Trendsthemen. Hier in diesem Bereich sind die Themen, dazu dienen Trends. Wir sprechen über Trendgrößen, wir sprechen über das Ineinanderfließen von Trendgrößen und wir schauen mal im kurzen Bereich, wie Sie im Endeffekt aus dem Trend zum Trade hier auch kommen können. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und ich beleuchte hier einfach mal einen Faktor. Wie schon gesagt, wenn Sie auch Fragen dazu haben und gerade live zuschauen, dann können Sie natürlich hier direkt auch die Fragen stellen. Hier ist die Frage, warum arbeitet man denn überhaupt mit Trends? Und wir besprechen jetzt mal das Thema, wofür die Trends auch dienen. Wie ich das in der Einleitung auch gesagt hatte, Trends sind die Grundlage diverser Handelstrategien. Das heißt, viele Muster, viele Umkehrmuster, Doji-Kerzen oder Umkehrkerzen oder Hammerkerzen, Inverted Hammerkerzen. Also es gibt ja da sehr, sehr viele einzelne Kerzenformationen, auch die in der technischen Analyse dazu genutzt werden, um die Strategien für einen Trade herauszusuchen. Und viele dieser Strategien, viele dieser Signale basieren halt auf den Trends. Die interagieren mit dem Trendverläufen. Wie wir das machen, das machen wir in einem späteren Webinar auch mal, wie Sie beispielsweise gleitende Durchschnitte dazu nutzen können, Trends zu identifizieren. Das sind die Dinge, all das läuft auf dem Thema Trends. Das heißt, hier können wir Trends dazu nutzen, beispielsweise zum klassischen Handel des gesamten Trends oder nur der Bewegung oder es soll ein Korrekturhandel werden. Dazu brauchen wir natürlich das Wissen, was gerade im Chart los ist. Das heißt, wir müssen sehen, was ist es für ein Trend. Steht der momentan in seiner Bewegung oder in seiner Korrektur? Soll der Korrekturhandel betrieben werden oder warten wir die Korrektur ab und schauen auf den Beginn einer neuen Bewegung? All diese Dinge bedingen es, dass Sie genau wissen, wie der Trend funktioniert und wo der Markt sich in der Verortung im Trend momentan entsprechend auch verweilt. Das heißt, hier den Trend dazu zu benutzen, die Handelssignale zu finden. Des Weiteren dienen Trend und auch Trendverläufe dazu, Punkte zur Gewinnmitnahme zu bestimmen. Das heißt, es gibt ja im Börsenhandel auch in der technischen Analyse diverse Möglichkeiten, auch Gewinnziele zu bestimmen. Und ich persönlich beispielsweise nutze die Trendverläufe auch sehr, sehr gern, um mir Punkte herauszusuchen, an denen ich Wahrscheinlichkeiten herausfinden kann, wer zum Beispiel, wenn ich Long investiere, nach mir kauft. Weil wenn ich verkaufe, brauche ich ja jemanden, der kauft. Das heißt, ich suche direkt im Chart die Punkte heraus, wo möglicherweise Käufer auf mich warten. Wenn ich Short investiert bin, dann suche ich natürlich vermehrt nach Punkten, an denen Verkäufer auch in den Markt hineinkommen, weil ich muss ja kaufen. Das heißt, ich brauche irgendjemanden, der mir dann den Titel entsprechend zu niedrigeren Kursen wiedergibt, dass ich meine Position auch eindecken kann. Das sind Dinge, die können wir auch sehr, sehr schön aus den Verläufen in den Charts entsprechend heraus suchen können. Dann dient der Trend weiterhin dazu, dass wir uns Absicherungspunkte heraus suchen können. Das heißt, wir können auch sehen, an welchen Stellen es Sinn macht, unsere Positionen abzusichern, Initialrisiko. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Das Risiko ist ja mehr oder weniger das Einzige, was wir im Handel kontrollieren können. Und dann können wir später, wenn der Markt nach oben oder nach unten in unsere Lieblingsrichtung läuft, also dort, wo der Markt auch hingehen soll für unser Setup, können wir solche Marken natürlich auch dazu nutzen, um unserer Stops nachzuziehen. Also bei den Stops gibt es ja auch diverse Möglichkeiten. Auch hier bei Tickenbill ist da eine breite Range von Absicherungsmöglichkeiten auch gegeben. Und das sind die Dinge, die Sie natürlich auch brauchen. Und da innerhalb der Charts die Punkte sich auch suchen können, an denen es zum Beispiel aus Chart-technischer Sicht Sinn macht, den Stopp nachzuziehen. Natürlich gibt es dann auch innerhalb der Trendverläufe noch weitere Möglichkeiten, das hier zu machen. Oder Sie nutzen dann einfach Prozentregeln, um Stops nachzuziehen oder Ähnliches. Aber den Trend können Sie sehr, sehr schön nutzen, um Nachzugpunkte entsprechend auch zu bestimmen. Und dann ist das Wissen um die Trends und auch die Trendverhaltensweisen ist natürlich auch dazu notwendig, dass Sie feststellen können, wann es einen Trendwechsel gibt. Das heißt, Sie können sehen, gibt es jetzt Seitwärtsphasen, die zu einem Trendwechsel führen können oder sind die Seitwärtsphasen nur Trendkorrekturbestandteile. All diese Dinge sehen Sie innerhalb vom Trend. Und damit können Sie natürlich auch bei Trendwechseln beispielsweise frühzeitig Ihre Richtung wechseln und entsprechend von den neuen Bewegungen frühzeitig auch profitieren. Und die Risiken in so einem Fall, dass Sie gegen einen Trend stehen, deutlich reduzieren. Weil Sie wissen, wenn Sie genau wissen, wie der Trend funktioniert, was wir jetzt momentan haben, ob der alte Trend noch vorhanden ist oder aber nicht mehr. Das sind die Dinge. Dazu nutzen wir die Chartverläufe, um einfach herauszufinden, was der Markt im Trend gerade macht. Dann sehen wir innerhalb von Trends oder haben wir innerhalb von Trends verschiedene Möglichkeiten, den Markt auch zu handeln. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie nah Sie entsprechend am Markt sind. Wenn Sie innerhalb von einer Zeiteinheit arbeiten, zum Beispiel im Tagestrend oder im Stundentrend, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen werden oder sein, dass es immer wieder verschiedene Trends gibt, die Sie innerhalb dieser Zeiteinheit sehen. Und hier können Sie den Chart auch dazu nutzen, Trendgrößen entsprechend zu bestimmen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Trendgrößen, oftmals verschiedene Trendgrößen, die ineinander fließen. Das heißt, hier diese Trends kaskadieren in der Regel von klein nach groß. Das heißt, zuerst entsteht der kleine Trend und dann wird das Ganze immer größer, ähnlich wie bei einem Fluss, der aus vielen kleinen Bächen am Anfang besteht und die dann zusammenfließen und den Fluss entsprechend immer, immer größer machen. Und so ist es entsprechend hier bei den Trends auch diese Kaskadieren von klein nach groß und auch in Bewegungen ist es so, dass die Bewegung endet, wenn der kleinste Trend gebrochen wird entsprechend hier und dann sich eine Korrektur andeutet. Also das funktioniert relativ zuverlässig. In hochliquiden Märkten wie dem Forexmarkt gibt es bis zu vier verschiedenen Trendgrößen. Und wie auch avisiert, der Markt, den Sie handeln, beziehungsweise die Trendgröße, die Ihre Größe zum Handel ist, die ist hier davon abhängig, wie nah Sie am Markt arbeiten. Das heißt, die kleinsten Trendgrößen, das sind natürlich die, die sich am schnellsten auch bewegen, am schnellsten entstehen, am schnellsten brechen. Das heißt, das bedingt hier natürlich eine sehr große Marktnähe. Da sitzen Sie in aller Regel auch direkt am PC, um das Ganze auch zu verfolgen. Wenn Sie nicht die Möglichkeiten haben, regelmäßig für ein paar Stunden am Tag am PC zu sitzen, dann macht es Sinn, etwas größere Trendgrößen zum Trading zu benutzen. Das heißt, je weniger Zeit Sie haben, je größer sollte die entsprechende Trendgröße sein, die Sie zum Traden auch benutzen. Und je mehr Zeit Sie zum Handel haben, je kleiner kann entsprechend die gehandelte Trendgröße auch sein. Das heißt, hier machen Sie es davon abhängig, wie viel Zeit Sie haben. Und ob Sie auch, je kleiner die Trendgröße ist, die Sie traden, je mehr Konzentration brauchen Sie auch. Und je mehr, sage ich mal, Fokus und ungestörtes Arbeiten brauchen Sie, um diese Märkte in diesen kleinen Trendgrößen auch gut entsprechend hier zu traden. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht von Zeiteinheiten, sondern wir reden hier wirklich von Trendgrößen, die entsprechend ineinander fließen innerhalb einer Zeiteinheit. Und wenn Sie wenig Zeit haben, dann können Sie beispielsweise den Stundentrend oder den Tagestrend nutzen in einer größeren Trendgröße. Und Sie warten vom Prinzip her ab, bis ein Markt tief korrigiert ist beispielsweise, um den Markt dann entsprechend zu traden. Und das gibt Ihnen dann die Ruhe, wenn Sie in den größeren Trendgrößen laufen, dass Sie entsprechend, ja, sage ich mal, nicht permanent den Zwang haben, am Monitor zu sitzen. Ein weiterer Vorteil, wenn Sie die größeren Trendgrößen traden, Sie haben natürlich hier die Möglichkeit, eine breitere Streuung im Portfolio zu generieren, weil Sie nicht permanent am Rechner sitzen müssen und dadurch natürlich durch die größeren Zeit, die Sie zum Traden auch haben, die der Trade auch benötigt, um sich zu entwickeln, haben Sie die Möglichkeit, hier ein größeres Universum von Werten in Ihr Portfolio auch aufzunehmen und die entsprechend zu traden. Je kleiner die Trendgröße ist, je mehr Fokus brauchen Sie auf die einzelnen Titel. Das heißt, hier ist es so, je näher Sie am Markt sind, je kleiner ist das Portfolio, was Sie hier entsprechend im Markt auch traden. Umgekehrt dessen, je näher Sie am Markt sind, je größer ist das gehandelte monetäre Volumen, was Sie traden, weil Sie wollen ja nur ein kleines Stück der Kursbewegung mitnehmen. Das heißt, Sie brauchen hier eine größere Position, um entsprechend auch Geld zu verdienen. Je weiter Sie vom Markt weg sind, je kleiner sind die Positionen, weil Sie hier dann das Ziel haben, über die Zeit nach oben hin eine deutlich größere Wegstrecke mitzunehmen, aus der Sie dann das Geld aus dem Markt entsprechend auch herausziehen können. Das heißt, hier haben wir die Situation, dass die Trendgröße natürlich auch direkt auf die Positionsgröße einen Einfluss hat. Aber nicht aufs Risiko. Das Risikomanagement funktioniert hier von unabhängig. Das heißt, wenn Sie ein Risiko beispielsweise von 200 Euro pro Trade auch haben, dann ist es so, dass egal, ob Sie in der kleinen Trendgröße oder in der großen Trendgröße arbeiten, Sie arbeiten entsprechend immer mit diesem Risiko, was Sie hier haben. Die Positionsgrößen sind unterschiedlich, aber das Initialrisiko ist dann an dieser Stelle beispielsweise immer bei 200 Euro. Schauen wir mal auf die Trendgrößen. Ich hatte ja gesagt, es gibt in den hochliquiden Währungsmärkten maximal vier Trends. Man spricht hier umgangssprachlich vom Großen, vom Mittleren, vom Kleinen und entsprechend dann vom Kleinsten Trend. Und das sind die Dinge, die sehen Sie nicht immer alle in einem Chart, aber Sie brauchen dieses Wissen, damit Sie entsprechend feststellen können, was haben wir denn jetzt, welcher Trend fließt in welchen, damit Sie auch keinen überspringen. Und aus diesem Grund brauchen Sie dieses Wissen um das Vorhandensein der verschiedenen Trendgrößen innerhalb eines Marktes. Und die Trendgrößen bestehen alle aus den gleichen Bestandteilen. Das heißt, wir haben ganz klar, wir haben immer den Trend. Jeder Trend besteht aus einer Bewegung und jeder Trend besteht aus einer Korrektur. Und wenn Sie dieses Wissen haben und gut anwenden, dann können Sie entsprechend auch die Umkehrsignale oder die Handelssignale, die entsprechend in Ihrem Desk auch entstehen oder angezeigt werden, nutzen, um dieses Signal in die entsprechende Trendrichtung bzw. in den entsprechenden Trend auch einzusetzen. Das heißt, Sie wissen, wo ist das Signal denn jetzt aktuell verortet. Erstmal haben wir einen Trend, beispielsweise haben wir einen Aufwärtstrend und wir bekommen ein Umkehrsignal. Dann sollten wir, also ein Umkehrsignal beispielsweise, ein Verkaufssignal. Dann sollten wir halt wissen, okay, wenn wir hier ein Verkaufssignal bekommen, dann und innerhalb eines Aufwärtstrendes, dann sollte die Bewegung schon weit gelaufen sein. Sonst macht das Ganze relativ wenig Sinn. Denn andersrum, wenn wir ein Kaufsignal innerhalb eines Trends bekommen, dann sollten wir natürlich wissen, okay, wenn wir den Trend jetzt auch handeln wollen und wir bekommen hier ein Kaufsignal, beispielsweise wollen wir aus einer tiefen Korrektur handeln, dann müssen wir halt auch genauso, handelt es sich jetzt auch um eine Korrektur? Ist die Korrektur beispielsweise für dieses Handelsetap aus der tiefen Korrektur aus überhaupt geeignet? Das heißt, stehen wir in einer tiefen Korrektur dazu, brauchen Sie entsprechend das Know-how, damit Sie genau bestimmen können, wo sind wir denn hier momentan auch verortet, um diese, sage ich mal, Handelssignale auch gut umsetzen zu können und auch entscheiden zu können, welches Signal momentan sinnvollerweise zu handeln ist. Und in diesem Bereich auch noch, was das Thema Trend ausgeht, bei den Handelssignalen ist es natürlich auch immer noch wichtig, was wird gerade gespielt, weil nicht in jeder Marktphase funktioniert jedes Handelssignal gleich. Das heißt, hier brauchen Sie auch noch im Research ungefähr einen Blick dafür, gerade als diskretionäre Handler, dass Sie auch sagen, welche Handelssignale funktionieren denn momentan wirklich richtig gut. Das heißt, wenn wir beispielsweise im Währungsbereich Märkte haben, die momentan immer an alte Hochs ranlaufen und am Hoch immer wieder abverkauft werden und Sie sagen sich, ich steige am Hoch immer long ein, weil der Markt läuft ja dann da oben drüber, dann werden Sie in dieser Phase mit diesem Signal am Hoch einzusteigen, keine Gewinne machen, weil der Markt immer dort oben abverkauft. Bekommen Sie das aber mit, dann können Sie halt diesen Bereich dort oben nehmen, das sind auch die Dinge, wo ich gerne auch Widerstände mir suche und sehe, wo der Markt da unten rumträgt. Dann können Sie dieses Signal ja nutzen, zu sagen, oh, der Markt steht jetzt da oben, jetzt gucken wir mal nach einem Umkehrsignal und dann traden wir einfach nach unten. Das ist einfach ein Wissen, das Sie als diskretionärer Händler mit der, sage ich mal, Verortung der Kurse innerhalb von Trendverläufen umgehen können. Das heißt hier, der Trend besteht aus sich selbst, aus seinen Bewegungen und entsprechend auch den Korrekturen. Das sind vom Prinzip ja hier mal die Trendgrößen. Hier mal ein Chart aufgezeigt, wo ich das mal Ihnen zeigen kann. Sie sehen hier die dicken Linien entsprechend auch eingezeichnet. Das ist der Markt, der hier schön nach oben läuft in einem schönen Aufwärtstrend und Sie sehen hier entsprechend die Korrekturen und auch die Bewegungen nach oben. Und Sie sehen halt hier auch innerhalb dieser Bewegung beispielsweise sehen Sie entsprechend einen untergeordneten Trend und dann sehen Sie hier noch einen dritten Trend. Sehen Sie hier diese Bewegung dieses untergeordneten Trends sind auch noch einmal trendförmig verlaufen. Das heißt, hier gibt Ihnen der Chart einen Markt, wo wir drei verschiedene Trendgrößen miteinander kombinieren können. Und das ist dann natürlich hochinteressant, weil wir hier als Händler uns auch entscheiden können, was trade ich denn? Der Händler, der ganz nah am Markt ist, der tradet den Trend, der gerade jetzt aktuell vorhanden ist. Das heißt, er schaut jetzt nicht, gibt es einen großen, einen mittleren und einen kleinen. Nein, als Trendhändler, wenn Sie genau im Markt sind, dann nutzen Sie immer den Trend, der jetzt gerade vorhanden ist. Haben Sie allerdings etwas weniger Zeit zum Traden, dann ist es sehr charmant, diese unterschiedlichen Trendgrößen auch zu nutzen. Das heißt, hier in diesem Fall, wenn wir hier diesen großen Aufwärtstrend mal nehmen, dann können Sie sagen, okay, der Markt, der korrigiert hier nach unten. Wir warten einfach mal ab, bis sich hier unten ein neuer Trend nach oben bildet. Und wenn Sie das dann entsprechend haben, dann können Sie diese Umkehr dazu nutzen, aus der tiefen Korrektur heraus nach oben auch entsprechend zu traden. Dazu müssen wir natürlich sehen, dass der Markt so ein Szenario spielt. Aber wir nutzen einfach das, was hier momentan dazu da ist, um angepasst an unser Handelsvolumen, und also die Zeit, die wir zum Traden auch haben, hier entsprechend die Setups auch herauszunehmen und die Marktnähe durch die Wahl der richtigen Trendgröße entsprechend hier auch mit zu bestimmen. Zum Thema Zusammenfluss von Trendgrößen kann man auch noch sagen, diese Trendgrößen sind häufig in einem Chart ersichtlich. Und der große Vorteil dieser Art und Weise besteht halt darin, dass wenn alle Trendgrößen oder wenigstens die zwei kombinierten in die gleiche Richtung laufen, dann kann sehr, sehr profitabel von der kleinen in die große gehandelt werden. Und im Optimalfall haben wir sogar drei oder vier Trendgrößen, die allesamt in die gleiche Richtung laufen. Das sind natürlich dann die profitabelsten Setups, die hier am Markt entstehen können. Warum? Weil entsprechend hier das Geld der Händler aller Trendgrößen in die gleiche Richtung fließt. Und da ist natürlich die größte Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Markt hier in die entsprechende Handelsrichtung auch einschlägt und dann Stück für Stück mit nach oben läuft. Klassisch hier mal zu sehen, beispielsweise die Kombination von drei Trendgrößen. Das sieht dann im Chart aus, dass sie den großen Trend, den mittleren und den kleinen Trend haben. Die Händler, die extrem nah am Markt sind, die nutzen natürlich hier immer diesen kleinsten Trend. Also diesen, den kleinsten Trend, den Sie hier im Chart auch sehen zum Traden. Das heißt, die würden jetzt hier in diesem Fall auch fast traden. Diejenigen, die nicht zu nah am Markt sind, die können dieses Zusammenspiel sehr, sehr gut nutzen, indem sie beispielsweise den großen Trend und den mittleren Trend oder den mittleren Trend und den kleinen Trend miteinander kombinieren. Und dann, wenn wir sehen, jetzt hier im mittleren Trend beispielsweise geht die Korrektur zu Ende. Der kleine Trend sieht dann entsprechend so aus hier, hat gebrochen, läuft nach oben. Das ist dann natürlich die Situation, wo wir dann von dem kleinen Trend in den mittleren Trend hineintraden können. Diejenigen von Ihnen, die beispielsweise den großen Trend und den mittleren Trend kombinieren, die machen das Ganze genauso. Die Korrektur sehen wir hier im mittleren Trend abwärtsgerecht. Und sobald die gebrochen ist, dann ist es halt so, dass wir wieder Signale bekommen können, um hier Stück für Stück auch nach oben zu traden. Das heißt, wir traden dann vom mittleren Trend in den großen Trend. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist eine Fehlerquelle, die ich bei Händlern sehr, sehr häufig auch mitbekomme, über die Coachings, die ich auch mache oder in Seminaren, dass es oft passiert, dass eine Trendgröße übersprungen wird. Das heißt, so wird in der Praxis oft der Fehler gemacht. Man nimmt den kleinsten Trend, den man sieht. Sobald er wieder aufwärtsgerichtet in den größten Trend läuft, wird die Long-Position eingegangen. In dieser Situation kann es aber sein, dass der mittlere Trend noch in seiner Abwärtsbewegung ist und gerade in seiner Korrektur. Deshalb steigt der kleine Trend nach oben. Und wenn man diesen mittleren Trend halt übersieht, kann es passieren, dass Sie mit dem kleinen in den großen traden, aber aktuell nur die Korrektur des mittleren Trends traden. Und da stehen Sie gegen den Markt, gegen den momentanen Markt. Und das wäre dann ungünstig. Das heißt, hier schauen Sie, dass Sie die richtigen Trendgrößen miteinander entsprechend auch kombinieren. Das heißt, hier in diesem Punkt, beim Zusammenfluss der Trendgrößen, die Korrektur des größeren Trendes beginnt hier im Endeffekt mit dem Trendbruch des direkt untergeordneten Trends. Die entsprechende Trendwiederaufnahme startet dann logischerweise, wenn der Korrekturtrend gebrochen wurde und es wieder einen Trend in die übergeordnete Trendrichtung gibt. Als Wechselindikator dient also die direkt untergeordnete Trendgröße. Ich gehe einfach nochmal eine Folie zurück. Das heißt hier, wenn wir hier sehen, dass der Markt tief korrigiert hat in dem großen Trend, dann brauchen wir den mittleren Trend, der wieder nach oben geht. Also dieses Signal hier unten und dann läuft das Ganze los. Entsprechend, wenn wir hier oben verortet sind, sehen wir natürlich hier die Bewegung als Aufwärtstrend. Wenn der gebrochen wird, sehen wir, dass dieser Korrekturtrend nach unten entsprechend auch beginnen kann. Das sind die Dinge, die wir direkt hier aus den Trends heraus auch sehen können. Bewährte Kombinationen hier in diesem Bereich sind die, dass man einen Chart nimmt, der die Trendrichtung vorgibt und einen Chart, der die Signallage nähergibt. Und hier sind die wichtigsten Kombinationen, dass man den großen Trend mit dem mittleren Trend kombiniert, den mittleren Trend mit dem kleinen Trend oder den kleinen Trend mit dem kleinsten Trend. Wenn Sie das in dieser Art und Weise machen, dann stellen Sie entsprechend auch sicher, dass Sie keine Trendgröße überspringen und damit dann entsprechend hier auch arbeiten. Das mache ich persönlich auch so. Sie sehen das ja hier auch in den Fenstern, wenn wir nicht nur alles in einem Zeitfenster auch besprechen. Ich habe ja hier in der Regel in Trading dann die entsprechenden Trend-Zeiteinheiten auch immer drinnen. Das heißt, ich habe hier, Sie sehen es, den Tag, die Stunde und die 5 Minuten hier in den Zeitfenstern entsprechend auch mit drinnen. Warten Sie, ich ziehe das mal noch kurz nach rüber, sodass das zusammenfließen kann. Wichtig ist natürlich hier, dass Sie sich dann die entsprechenden Fenster auch mit den entsprechenden Zeiteinheiten beziehen. Das heißt, das würde dann hier im Endeffekt beispielsweise so aussehen, dass wir hier noch in den 5 Minuten und der Stunde die entsprechenden Charts drinnen haben im Fenster und damit sehen Sie hier entsprechend den Gleichlauf. Sie sehen hier im US-Tag, dass die Stunde hier etwas nach unten tendiert, die 5 Minuten einen schönen Abwärtstrend gemacht haben und wenn der Tag auch schön einen Abwärtstrend hat, dann sehen Sie, dass diese drei wichtigsten Zeiteinheiten hier in eine Richtung fließen und das bestätigt dann entsprechend auch das Gesamtbild. Und das ist das, was hiermit auch erreicht werden kann, wenn Sie entsprechend hier nicht Zeiteinheiten miteinander kombinieren, sondern Trendgrößen, dann können Sie das Ganze innerhalb einer Trendgröße sehen. Das heißt, das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das war das Thema Kombination von Zeiteinheiten. Darüber sprechen wir in einem unserer späteren Webinare noch einmal. Heute geht es ja um die trendgebenden Charts. Das heißt, da brauchen Sie nur eine Zeiteinheit mit Blick dann entsprechend auf die Trendgrößen, die Sie hier im Markt auch sehen möchten. Und nun schauen wir mal, wie Sie aus dem Trend zu einem Trade bekommen. Da gibt es ein paar Punkte, die Sie Stück für Stück abarbeiten können. Am Anfang steht natürlich die Frage, in welche Richtung läuft denn hier entsprechend der Trend? Das heißt, die Trendrichtung bestimmen. Wir sehen es hier, habe ich mal eingezeichnet, diesen Abwärtstrend hier, diese dicke rote Linie, die hat ihren Hochpunkt an dieser Stelle, den letzten Tiefpunkt hier unten und jetzt hat sich hier untergeordnet schon ein Aufwärtstrend gebildet. Das heißt, diejenigen, die sehr, sehr nah am Markt sind, können diesen Trend vom Prinzip her auch schon zum Traden benutzen. Aber das ist nicht mal unbedingt notwendig, weil hier entsprechend dieser Trend hier oben gebrochen wurde. Dann gibt es hier untergeordnet schon einen Aufwärtstrend. Das heißt, Sie können dann vom Prinzip her aus der Korrektur dieses Trends hier unten raus, den Markt nutzen, um nach oben zu laufen. Das heißt, die Trendrichtung bestimmen, wo der Markt, wie der Markt gerade ist. Wenn Sie das getan haben, machen Sie entsprechend mit Punkt 2 weiter. Das heißt, hier schauen wir, ob es eventuell untergeordnete Trends gibt, die wir hier traden können. Und in unserer Situation sehen wir hier beispielsweise in dieser Trend entstehenden Bewegung, dass es hier auch einen Trend gibt, der nach unten läuft. Das heißt, wenn Sie das miteinander kombinieren, diese kleine Trendgröße mit dieser Trendgröße nach oben, wenn Sie sehr, sehr nah am Markt sitzen, können Sie das direkt nutzen, um hier schon nach oben zu traden, weil dieser Abwärtstrend nicht mehr vorhanden war. Der war gebrochen. Das heißt, hier können Sie nach oben gehen. Für diejenigen Händler, die nicht ganz so nah am Markt sitzen, die achten dann auf das nächstübergeordnete Bild. Das heißt, hier hatten wir ja diesen Abwärtstrend. Der wurde mit Überschreiten dieser Marke hier gebrochen. Es gibt dann mittlerweile einen bestehenden Aufwärtstrend. Das heißt, wir haben hier die Korrektur, die dritte Trendgröße nach unten laufen. Und hier unten, hier ist dieser Abwärtstrend gebrochen worden. Hier kam das erste Signal zum Entry und man kann aus der schönen, tiefen Korrektur heraus quasi schön nach oben in diesen Markt hinein einsteigen. Ohne Eile, ohne die Situation zwingend am Rechner sitzen zu müssen, konnte man das einfach sehr, sehr schön hier entsprechend umsetzen. Und auch genau sehen, ich habe es ja geschrieben, wo beispielsweise ist das Korrekturende. Die Korrektur endet, wenn der Abwärtstrend hier, dieser untergeordnete Abwärtstrend gebrochen wurde. Das sehen wir sehr, sehr schön im Marktverlauf und zieht sich einfach ohne irgendwelche Indikatoren aus dem Chart heraus. Das heißt, wenn das jetzt hier gemacht worden ist, dann werden entsprechend die Einstiegspunkte festgelegt. Beispielsweise hier hatten wir ja den Entry, das habe ich hier reingeschrieben, den ersten. Der wäre hier gewesen, als dieser Markt gebrochen wurde. Hier gab es noch eine kurze Korrektur und dann gab es hier oben die Bestätigung der Trendfortsetzung. Das heißt, hier wäre dann der Einstiegspunkt gewesen. Gut, in dem Fall gab es hier einen Gap. Das wäre ein bisschen tricky gewesen, den hätte man nicht bekommen. Aus diesem Grund schauen wir einfach, wie der Markt hier weiterläuft. Da gibt es dann einen zweiten Entry, wo der Markt dann hier bestiegen werden kann und dann nach oben auch getradet werden kann. Also Sie sehen hier die Kombination dieser Trendgrößen innerhalb einer Zeiteinheit. Wenn es uns der Markt gibt, sind Geschenke, die wir einfach dazu nutzen können, um auch die Verortung unserer Handelssignale entsprechend hier auch am Markt zu platzieren. Soweit hier zum Thema der Trends und der Kombination von Zeiteinheiten. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie die Sonne. Wir haben ja hier bei uns in Deutschland ein doch weites sommerliches Wochenende vor uns. Nächste Woche Montag geht es dann entsprechend mit den Handelsideen für den Montag weiter. Die stehen wie immer gegen 8 Uhr auf der Seite von Tickmill zur Verfügung. Ich zeige Ihnen das Ganze auch gleich noch einmal ganz kurz einen Augenblick. Also einfach die Seite von Tickmill entsprechend aufrufen. Ich ziehe Sie Ihnen gleich mal hier in das Chatfenster noch hinein. Gestern gab es da einige technische Herausforderungen, wo ich das gezeigt habe, den falschen Monitor auf dem Bild. Also hier einfach auf die Seite von Tickmill gehen. Da sehen Sie auch sehr interessante Informationen zu den Spreads, zu den Konten, die vorhanden sind, zur Trading-Plattform. Schauen Sie sich ruhig einmal um, was Sie hier Schönes entdecken können. Und im Bereich des Blogs kommen Sie dann direkt auf die entsprechenden Einträge für den Handelstag. Heute ist der 4. Mai. Sie finden alle anderen Dinge auch direkt hier aufgeschlüsselt mit den entsprechenden Handelsideen. Können Sie hier auch direkt Fragen stellen. Und diese stehen dann immer so gegen 8 Uhr Ihnen zur Verfügung zum Anschauen. Und danach treffen wir uns um 9 Uhr live hier auf Facebook, um das Ganze miteinander zu besprechen. Und dann die Aufzeichnung natürlich auf Facebook ersichtlich und auch im YouTube-Kanal von Tickmill, den Sie gerne auch abonnieren können, um dann nichts zu verpassen. Also an dieser Stelle ein tolles Wochenende. Hat mich gefreut, wieder viele Zuschauer hier live auch dabei gehabt zu haben. Wir sehen uns nächste Woche. Machen Sie es gut. Ihr Mike Seidel Machen Sie es gut.